Ich gönne mir auf jeden Fall Zeiten, in denen ich mal entspanne. Und das ist auch super wichtig im Leistungssport. Vor allem nach langen Turnieren oder langen Trainingsblöcken sollte man unbedingt mal den Kopf freikriegen. Ich entspanne mich am liebsten körperlich, indem ich bei meiner Physiotherapeutin eine längere Einheit habe oder indem ich mich aktiv dehne. Und für den Kopf entspanne ich mich am liebsten, indem ich zum Beispiel mal mit Freunden einfach in den Park gehe oder mit meinem Hund spazieren gehe, aber vor allem einfach mal den Kopf weg vom Sport bekomme. Das Gerberit Aquaclean Dusch-WC überzeugt mich auf jeden Fall durch das völlig neue Gefühl der Frische. Und außerdem verbinde ich mit Gerberit eine hohe Qualität und ein tolles Design. Wasser bedeutet für mich Leben, Reinheit, Frische und für mich als Beachwollowerin besonders auch das Gefühl am Meer zu sein. Und das liebe ich einfach. Wasser bedeutet für mich.